Wenn uns im Alltag die Zeit für formelle Meditation fehlt, ist es eine der besten Übungen, uns unserer Meinungen bewusst zu werden. Auch bei der Sitzmeditation ist es ja Teil der Technik, uns unserer Gedanken bewusst zu werden. Ohne zu urteilen, ohne die Gedanken in richtig oder falsch einzuteilen, erkennen wir schlicht und einfach, dass wir denken. Das ist eine Übung von Gewaltlosigkeit gegen uns selbst. Es ist ebenso eine Übung, die unsere Intelligenz zum Vorschein bringt. Wir erkennen, dass wir denken, ohne Erwartung oder Befürchtung, Lob oder Tadel damit zu verbinden. Wenn wir uns aber tatsächlich zur Meditation hinsetzen, dann läuft es nicht immer so ideal. Nur zu häufig ist das Erkennen unserer Gedanken, selbst wenn es nur eine Viertelsekunde im Laufe einer einstündigen Sitzung geschieht, von Lob oder Tadel begleitet. Das ist gut oder das ist schlecht. Nie bleiben wir dabei, die Gedanken schlicht als Denken zu etikettieren. Wenn wir aber etwas länger mit der Meditation vertraut sind, ändert sich das Bild. Weil wir ganz allein mit uns sind und nichts anderes tun, als uns unseres Ausatmens bewusst zu werden und unsere Gedanken zu bemerken, wird unser Geist allmählich stiller. Dann sehen wir die Dinge deutlicher. In der Meditation lassen wir viel Raum zu. Und darum erkennen wir alles, was erscheint, mit zunehmender Deutlichkeit, mit zunehmender Lebendigkeit. Wir erkennen, dass wir unaufhörlich Gedanken produzieren, aber dass es in all diesem Geschwätz auch Lücken gibt. Wir lernen ebenfalls unsere innere Einstellung den Dingen gegenüber kennen. Wenn wir so auf unsere Gewohnheitsmuster eingestimmt sind, können wir klar erkennen, was wir tun und wie wir uns mithilfe von Meinungen und Vorstellungen ständig selbst bestätigen. Wenn wir uns nicht in Meditation befinden, können wir anfangen, uns auf die gleiche Weise unserer Meinungen bewusst zu werden, wie wir in der Meditation unsere Gedanken bemerken. Und weil wir so viele Meinungen haben, die wir gewöhnlich für die Wahrheit halten, ist diese Übung äußerst fruchtbar. Unsere Meinungen sind nämlich nicht die Wahrheit. Sie sind bloß Meinungen. Aber wir geben ihnen viel emotionale Rückendeckung. Häufig sind sie verurteilend oder kritisch. Manchmal sagen sie, wie nett oder perfekt etwas ist. Auf jeden Fall haben wir eine Menge Meinungen. Meinungen sind Meinungen, nicht mehr und nicht weniger. Wir können anfangen, uns ihrer bewusst zu werden. Und wir können beginnen, sie als Meinungen zu etikettieren, genauso wie wir Gedanken als Gedanken bezeichnen. Schon durch diese einfache Übung kommen wir der Ichlosigkeit näher. Alles, was das Ich wirklich ausmacht, sind unsere Meinungen, die wir für solide, für real und für die absolute Wirklichkeit halten. Selbst wenn wir nur einige wenige Sekunden Zweifel an der Solidität und absoluten Wahrheit unserer Meinungen hegen, ja, wenn wir nur die Tatsache bemerken, dass wir überhaupt Meinungen haben, rückt Ichlosigkeit bereits in den Bereich des Möglichen. Wir müssen uns unsere Meinungen weder austreiben, noch müssen wir uns dafür verurteilen, Meinungen zu haben. Wir können einfach bemerken, was wir uns selbst erzählen und erkennen, wie viel davon nur unsere spezielle Sichtweise der Wirklichkeit ist, die von anderen geteilt werden mag oder auch nicht. In der Unmittelbarkeit unserer Erfahrung können wir diese Meinungen kommen und gehen lassen. Wir können in den Augenblick zurückkehren und unserem Gegenüber in die Augen schauen. Wir können unseren Kaffee genießen, wir können zum Zähneputzen zurückkehren oder zu was immer wir gerade tun. Wenn wir unsere Meinungen als Meinungen erkennen und sie auch nur für einen winzigen Augenblick loslassen können und wieder in die Unmittelbarkeit unserer Erfahrung zurückkehren, dann finden wir uns vielleicht in einer ganz und gar neuen Welt wieder, mit neuen Augen und neuen Ohren. Wenn ich über das Bemerkung von Meinungen spreche, dann geht es mir um einen einfachen Weg, auf alles, was wir denken und tun, aufmerksam zu werden und auch zu entdecken, wie viel Energie damit verbunden ist. Dann können wir auch erkennen, wie wir die Dinge verfestigen und wie leicht wir in einen Kriegszustand geraten, indem wir unseren Meinungen auf Kosten anderer zum Sieg verhelfen wollen. Besonders groß ist die Versuchung, wenn wir in sozialen Aktivitäten engagiert sind. Nehmen wir die Ozonschicht zum Beispiel. Mit Fug und Recht können wir die Zerstörung der Ozonschicht einen wissenschaftlichen Fakt nennen. Es ist mehr als eine bloße Meinung. Wenn aber die Art und Weise, wie wir uns für den künftigen Erhalt der Ozonschicht engagieren, nur unsere Meinungen gegenüber unseren Widersachern festigt, die wir im Unrecht glauben, dann wird sich niemals etwas ändern. Negativität erzeugt immer Negativität. Mit anderen Worten, gleichgültig, wie wohl dokumentiert oder edel unsere Sache ist, wenn wir Aggression gegenüber unseren Gegenspielern empfinden, kommen wir keinen Schritt weiter. Durch Gewalt wird sich niemals etwas ändern. Nun könnte man einwenden, dass sich durch Gewaltlosigkeit nicht gerade viel ändert. Trotzdem ist Gewaltlosigkeit von großem Vorteil für die Welt. Auf der persönlichen Ebene ist die Wurzel von Hungersnöten und Grausamkeit Aggression. Egal wie berechtigt unser Standpunkt sein mag, wenn wir aggressiv an unserer Meinung festhalten, tragen wir nur weiter zur Aggression in der Welt bei. Und Gewalt und Leiden nehmen zu. Gewaltlosigkeit zu üben, bedeutet, Frieden zu schaffen. Man beendet den Krieg, indem man aufhört, den Feind zu hassen. Und das beginnt damit, dass wir unsere Meinungen als unsere Sicht der Wirklichkeit erkennen und sie nicht zur Ursache für weitere Negativität in der Welt werden lassen. Der Schlüssel liegt darin, den Unterschied zwischen Meinungen und klarsichtiger Intelligenz zu erkennen. Intelligenz heißt, Gedanken als Denken erkennen zu können und keine Meinungen zu haben, ob diese Gedanken nun richtig oder falsch sind. Auf dem Bereich des sozialen Engagements übertragen heißt das, dass wir durchaus erkennen können, wenn die Taten einer Regierung, eines Konzerns oder eines Individuums eindeutig Flüsse verschmutzen oder Mensch und Tier Schaden zufügen. Wir können Fotos davon machen. Wir können es dokumentieren. Wir können sehen, dass das Leiden real ist. Das funktioniert aber nur, wenn wir intelligent sind und uns nicht durch Meinungen von Gut und Böse, durch Hoffnung und Furcht aus der Ruhe bringen lassen. Es ist unsere Aufgabe zu unterscheiden, was Meinung ist und was Tatsache. Je klarer wir sehen, desto wirksamer sind unsere Worte und Handlungen. Je weniger unsere Worte und Handlungen von Meinungen vernebelt sind, desto mehr tragen sie zur Verständigung bei, nicht nur bei denen, die die Flüsse verschmutzen, sondern auch bei denjenigen, die die Umweltverschmutzer unter Druck setzen. Der Buddha hat gelehrt, wie wichtig es ist, Leiden auch als Leiden zu erkennen. Es kann nicht darum gehen, Tatsachen zu ignorieren oder den Mund zu halten. Aber nur wenn wir aufhören, uns unseren Meinungen zu unterwerfen und das Feindbild zu verfestigen, können wir etwas erreichen. Wenn wir uns nicht von unserer Empörung überwältigen lassen, sehen wir die Ursachen des Leidens deutlicher. Auf diese Weise kann allmählich ein Prozess zustande kommen, der zum Ende des Leidens führt. Der Prozess erfordert enorme Geduld. Wenn wir damit beschäftigt sind, gewaltlos an einer Erneuerung mitzuarbeiten, dann sollten wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass wir damit zum Frieden in der Welt beitragen, selbst wenn sich für unser spezielles Problem keine Lösung finden sollte. Wir müssen unser Bestes tun und gleichzeitig alle Erwartungen auf ein Ergebnis aufgeben. Don Juan gab Carlos Castaneda einmal den Rat, alles so zu tun, als sei es das Einzige auf der Welt, was zählt, gleichzeitig aber zu wissen, dass es letztlich völlig gleichgültig ist. Diese Einstellung führt zu mehr Wertschätzung und weniger Erschöpfung, weil wir unsere Aufgabe von ganzem Herzen und mit Sorgfalt tun. Andererseits ist jeder Tag aber auch ein neuer Tag und wir sollten nicht zu zukunftsorientiert sein. Obwohl wir das Leiden verringern wollen, müssen wir einsehen, dass das halbe Helfen darin besteht, unsere geistige Klarheit zu bewahren, unser Herz und unseren Geist offen zu halten. Wenn die Umstände den Wunsch in uns wecken, Augen und Ohren zu verschließen und den anderen die Schuld zu geben, kann soziales Engagement eine der fortgeschrittensten Übungen sein. Auch unter schwierigen Umständen noch ohne Aggression zu sprechen und zu handeln, ist eine gewaltige Herausforderung und ein weiter Weg. Wir können damit anfangen, dass wir unsere Meinungen wahrnehmen. Es gibt niemanden auf der Welt, weder unter denjenigen, die wir als die Unterdrückten sehen, noch unter denjenigen, die wir für die Unterdrücker halten, der nicht alles hätte, was zum Erwachen nötig ist. Wir alle brauchen Unterstützung und Ermutigung, um uns bewusst zu werden, was wir denken, was wir sagen und was wir tun. Werden Sie sich Ihrer Meinungen bewusst. Wenn Sie feststellen, dass Sie Ihren Meinungen gegenüber aggressiv reagieren, bemerken Sie es einfach. Wenn Sie Ihren Meinungen gegenüber nicht aggressiv sind, bemerken Sie auch das. Indem Sie ein Bewusstsein entwickeln, das sich nicht an richtig oder falsch klammert, finden Sie einen neuen Seinszustand. Daraus entwickelt sich schließlich das endgültige Aufhören des Leidens. Zu guter Letzt, wenn Sie nicht mehr an sich verzweifeln, dann werden Sie auch nicht an anderen verzweifeln. Tun Sie von ganzem Herzen alles, um Ihre klarsichtige Intelligenz zu wecken. Aber tun Sie es immer nur von Tag zu Tag, von Moment zu Moment. Wenn wir auf diese Weise leben, sind wir der Welt von Nutzen. Lexivation Lebensmittel Lebensmittel In Man 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 Vielen Dank.